Wer ist das? Mein Sohn. Süßer Juni, mussten Sie... Er ist tot. Der Neger hat ihn umgebracht. Und seine Mutter. Tut mir leid. Schon gut. Sollte es nicht. Wir sind keine Freunde. Danke, dass Sie mich gerettet haben. Strengen Sie sich demnächst an. Korba, ist Isaac schon wach? Ja. Gut, wir sind fast da. Schwingen Sie Ihre Hintern auf die Brücke. Sie haben ihn gehört. Wenn ich das Brot nicht geteilt habe, bist du nicht, mein Freund. Du blöd, Mann! Ich kann hier schießen, ne? Was ist denn hier? Oh, hier ist Munition. Hier liegt Munition rum. Gut. Bisschen Munition einsammeln ist, glaube ich, nicht so schlecht. Gib mir da rein. Oh, Blit. Okay, hübsch, hübsch hier. Alles, alles, alles guter voll hier. Ja. Vor 13 Tagen haben Agent Ellie Langford und ihr Team ein Wind im Vorstoß auf einem bekannten Planeten gewagt. In ihrer Meinung nach, das Geheimnis wird, wie man diese Marker-Epidemie stoppen kann. Aber wir verloren den Kontakt. Unsere oberste Priorität ist jetzt, Agent Langford und ihr Team zu finden und zu sichern. Okay, also gut, also wir müssen auf jeden Fall, jetzt werden wir wahrscheinlich auf diesen Eisplaneten kommen. Bis jetzt waren wir ja nur in der Stadt von der Heimatschatten, wie es so aussieht. Und ja, auf jeden Fall jetzt, oh, da falsche Richtung. Sorry, excuse me. Oh, warte, wow. Wo fliegen wir denn hin? Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Jetzt geht's los. Jetzt geht's in der Story voran. Ich freue mich drauf. Ich hoffe, ja. Kommt, das Spiel dauert angeblich scheiß lang, aber der Bock ist es. Okay. Zum D-Schock. Können wir ohne D-Schock auch machen? Rosen. Das ist zu schnell. Oh. Oh, war das schnell. Der Todesstern. Das ist der Todesstern, nicht der Mond. Oh. Rosen. Rosen. Holy shit, Rosen. Oh, what the fuck, wo sind wir hier? Oh, im Space. Im Space. Himmel. Das ist der reinste Schrottplatz. Das ist der Space-Schrottplatz. Irgendeine Spur von Ellies Schiff? Ich empfange diverse Transponder. Keiner davon ist von uns. Laut Registrierung sind das Kriegsschiffe der souveränen Kolonien. Ernsthaft? Die müssen über 200 Jahre alt sein. Moment. Da kommt noch mehr. Es ist ein SOS und es kommt von dem Schiff direkt voraus. Der CMS-Rono. Könnte ehrlich sein. Hoffen wir es. Okay, Rosen. Bis 500 Kilometer. Hi, Sir. Diese Lichter. Sind das Park? Moment. Das sind Minen. Minen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ah, ah, ah. Oh fuck. Geht nicht. Fuck. Fuck. Wir sind im Arsch. Wir sind im Arsch, Leute. Ich sag, wir sind im Arsch. Ich sag's doch. Wir sind im Arsch. Leute, die Triebwerke sind ausgefallen. Ähm. Leute, geht's? Scheiße hier. Wo, wo gehen wir hin? Wo gehen wir hin? Äh, Dude. Shit. Äh, die hat mein Kaffee verschüttet. Die Bitch hat mein Kaffee. Oh, das werde ich daheim sein. Mein schöner Kaffee. Okay, so. Oh, okay. Was ist mit dir? Isaac, komm. Verdammt, helf mir. Ach, komm. Scheiß auf die. Wir müssen uns selber retten. Ohne ist mein Plasmatrad da. Hier. Nehmen Sie die Verkleidung und stoppen Sie die Tür damit. Seit wann geben Sie hier Befehle? Weil ich kenn mich aus. Du nicht anscheinend. Soll ich mich an, dass sie einen Plan hat. Ich erklär's unterwegs. Komm. Wo finde ich einen EBA-Anzug? Komm. Da runter. Okay, Mann. Kamer. Muss ja nicht so freundlich sein. Ich hab hier gerade die Bitch da gerettet. Sei mir ein bisschen dankbar. So. Okay, wo gehen wir hin? Oh, das ganze Raumschiff ist im Arsch. Das war so schön. Oh, fuck. Oh, mein Gott. Ich kriege ja keine Luft. Oh, oh, oh. Ich hab ja keinen Sauerstoff-Dings. Wie kriege ich denn hier Luft? Oh, wieder aktiviert. Oh, fuck. Das ist so close. Da soll ich weg. Shit, da soll ich weg. Ich glaube, da soll ich schon gar nichts weg. Fuck, das ganze Ding bricht hier ein. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Das ist schon nice. Das ist super nice. Also ehrlich, das gefällt mir dabei am besten. Oh, mein Gott. Ah, ah. doch hier so. Nein Dominik, ich kann nicht zichten. Da ruft er mich gerade an. Oh ok ok ich brauche einen Helm, ich brauche einen Helm, sonst bin ich gleich im Space. Hier ist ein Helm. Ok, hopp, 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 hopp. Ok, jetzt sind wir zweimal Helm auf. Ok. Swimming around in der Vagina. Wow, da explodiert alles. Ok, ich habe Boost, ich habe Rocket Boots. Der erinnert mich ein bisschen an ein Rational Clank. Ok, jetzt sind wir also im Space. Alles klar. Ah, da ist was. Alle suchen sich was zum Festhalten. Ich habe ihr das Kommando gegeben. So, die Barrieren sind vollendet. So, was ist das? Was ist das? Ah, mein Ohr juckt. Was muss ich jetzt machen? Was muss ich da machen? Ich kann sie nicht lesen. Oh shit, das war schlecht, das war schlecht. Ich hätte es vielleicht gar nicht lesen sollen. Was habe ich da jetzt gemacht? Oh, wir schießen uns weg. Ok. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Holy moly. Holy moly. Ach, da war ich gerade mit dem Kaffee trinken und es kommt so eine Scheiße gleich. Ok, ich bin unterwegs. Ich bin gut drauf. Wow. Oh mein Gott, was es gab. Ok. Was ist das zum Zielen? Also, ich kann die abschießen auch. Ok. Ok, quite nice. Ja. Ok, aber Ziel kann ich nicht, oder? Oh no. Aua. Ach komm, er hält nur eins so ein Dings aus. Ich hätte auch runterkommen können. Jetzt sei keine Pussy. Isaacs. Oh ok, wir machen das mit Speed. Bam. Ha. Fagget Mine. Fagget Mine. Kein Problem, wir machen das. Keine Sorge. Wow, Minen. Echt? Was du nicht sagst. Ich hab mit Booster durch. So. Ok. 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 Kein Problem. Und das Problem war's. Wuuuuh. Das ist cool. Ich mag das. Ich komm doch schon. Halten Sie durch. Keine, keine Sorge. Oh, oh, oh. Fuck, 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 fuck. Ok. Ok. Ja, ich handle das. Ich handle das wie ein Hähnchen. Fuck. Oh mein Gott, das wird knapp. Huh, huh, huh. Oh, was ist hier? Wo hier? Oh, 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 oh. Weg, weg. Weg Mine, weg Mine. Wie ist da Mine? Oh, das ist das Castle. Dieses, dieses Kästchen, das muss ich erreichen. Ok. Fuck, fuck. Hey, Vorsicht, Vorsicht. Ich kann nicht drumrum steuern. Nein. Mach keinen Scheiß. Scheiße. Oh mein Gott, das ist so knabbar. Ich hab's geschafft. Ich hab's. Ich bin auf vollem Schub. Oh, lol. Das ist supergeil. Ok. 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 Wir haben's geschafft. Wir haben's geschafft. Ok. Ok. Passt. Sehr gut. Captain Roger. 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 Captain Spock. Wir haben's geschafft. Das machen wir lieber nicht noch. Wow. Schaffen Sie es zum Freitag. Ich fliege. Ich kann fliegen. Oh. Ok. Ich hab nicht unendlich Luft. Merke ich gerade. Alles SOS kommt irgendwo von drin. Ich hoffe es also. Ok. Das ist eine coole Mission, Leute. Das ist nice. So. Auch wenn es nicht neu ist, aber nice ist es allemal. Ich mag das. Das rumfliegen. Sieht auch schön aus. Also, man muss sich mal das bisschen anschauen. Das sieht schon gut aus. So. Wo muss ich denn hin? Wo? Was sagst du mir? Was? Wo? Rechts? Ah, da. Doch, da. Ok. Gut. Also, in dieses komische Loch da rein. Ähm. Ok. Aber ich hab irgendwie Angst, dass da drin jetzt ein Monster kommt. Oh. Offenbar ist hier kompletter Stromausfall. Oh. Wem wundert das? Was ist das? Was ist das da? Manueller Hebel an der anderen Tür. Sehen Sie? Ja. Mal sehen, ob ich reinkomme. Da kann ich rein. Warte mal. Kann ich das nehmen? Nicht? Ah ja. Ok. Und jetzt? Da musst du es da anschließen? Ne. Achso, das ist das Sauerstoff. Ja. Wie geht die Tür auf? Hallo. Bist da? Wo ist das Ziel? Ah, hier. Doch. Ja. Aber was ist das? Was ist das? Was ist das? Muss ich das da irgendwie so dran? No. Ok. Dann kenn ich mich nicht aus. Ok. Passt. Durchgespielt. Kenn ich mich nicht aus. What the fuck? Was soll ich machen? Ah. Jetzt. Ok. Jetzt. Perfekt. Ob. Ok. Wir sind wieder durch. Wir sind wieder am Boden. Aber Luft haben wir trotzdem keine. Moment. Zombie. Mr. Zombie. Bleibst du hier? Ok. Gut. Jetzt hab ich wieder los. Perfekt. Perfekt. Mit den Textmarkern. Und weil irgendein Sonner gemeint hat. Das ist ein weißer Marker. Das ist ein roter Textmarker. Nein. Sieht aus, als wäre ich seit langem der erste hier. Offen. Öffnen. Oh shit. All is lost. Alles ist verloren. Ist jetzt nicht gerade eine Einladung. Ok. Ist jetzt wirklich nicht gerade das, was ich mir unter einer Geburtstagsparty formte. Ich meine. Da wäre welcome. Aber sowas ist dann nicht so nice. Ui. Da sieht's kacke aus. Da sieht's ordentlich kacke aus. Warum muss es immer scheiße sein, wo ich bin? Warum kann man nicht mal hier den Engel beim Fliegen zuschauen? Was ist das? Also sind wir Knetlinger. Das Atmen fällt immer schwerer. Wie lange noch? Wir arbeiten so schnell wir können. Mark ist schon ganz blass. Ich kann die Blutung nicht stoppen. Macht nix. Dann lass ihn halt Blut. Ich kann sie zur Tür. Ich kann sie von dieser Seite aus reinlassen. So. Kommen Sie jetzt rein und helfen Sie mir. Okay. Ich komme schon. Oh Leute. Ich habe kein gutes Gefühl. Ich habe kein gutes Gefühl. Wir sind sich ja jetzt relativ schnell am Arsch. Denke ich mal. Also ich meine. Man glaubt immer so. Okay. Hier passt eh alles. Aber dann. Dann kommen die Leute und sagen. Haha. Faggots. Hast du wirklich geglaubt, dass es hier schön wird? Isaac. So sind die Entwickler. Alice SOS kommt von weiter drin im Schiff. Aber ich kann grausen und lockt nicht allein lassen. Serken Sie mir die Koordinaten. Ich sehe nach. Was ist das? Das ist ein Befehl. Ich habe hier die Mannschaft gerettet. Du hast mir kein Befehl zu geben. Was machen wir hier? Ah. Okay. Also. Gut. Also. Wo müssen wir hin? Okay. Kommandozentrale erreichen. Okay. Kommandozentrale. Irgendwas mit Ellie. Alles klar. So. Off eröffnen. Blut. 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 Hallo. Ist der Zombie? Ich habe keine Angst vor dir. Ich glaube, er weiß sehr wohl, dass ich Angst habe. Aber ich werde Ihnen schon mal meine Plasma-Karte zeigen oder vergleichen, wer den längsten Kater hier hat. Hier wird nicht mit Pimmel verglichen. Hier wird mit Katern verglichen. Oh. Oh. Was für ein anspruchsvolles Rätsel. Kann ich das aufmachen? Ah. Jawohl. Ich kann mich auch verbessern. Und ich werde nur den Plasma-Karte verbessern. Okay. Okay. Ich werde... Warte mal. Okay. Also. Weiter. Benutze Menüplenum. Okay. Okay. Benutze Waffen-Upgrades. Jetzt... Oh Mann. Das ist so... Oh. Kann das nicht einfach sein? Okay. Hier. So. Genau. Äh. Modifizieren. Upgrade diese Waffe. Oder... Modifiziere diese Waffe. Ne. Das da. Den Plasma-Karter. Genau. So. Und jetzt möchte ich das da... Plan erstellen. Ah. Okay. Ich habe den Plan schon. Okay. Äh. Ich meine... Ah. Okay. Jetzt habe ich irgendwas... Okay. Was... Was kann ich hier machen? Warte mal. Das ist links oben. Ja. Okay. Also. Sehr kompliziert das Ganze. Erweiterung. Keine Erweiterung. Neue Erweiterung erstellen. Habe ich nicht. Okay. 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 Plasma-Kern. Ah. Ja. Okay. Hier habe ich irgendwas. Ah. Okay. Perfekt. Ich habe die jetzt schon cool geupgradet. Glaube ich. Oder? Ich muss mir das nochmal anschauen. Das ist mir ein bisschen zu kompliziert im Moment. Also im Moment ist es scheiße. So. Ich hoffe, ich habe den Waffels schon geupgradet. Wenn nicht, im nächsten Fall. Oder ich schaue mein Tutorial an. Ist es jetzt geupgradet? Neu. Was ist das für ein Ding? Teil anbringen. Ah. Okay. Ich kann das hier anbringen. Oder? Ne. Und ich kann das nicht erst. Ne. Ich brauche noch was. Okay. Also ich habe ein Teil. Aber ich brauche mehr. Okay. 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 All geht nicht. Was ist hier? Kann ich hier auch noch was machen? Erweiterung 2? What? Keine Erweiterung. Okay. Gut. Dann gibt es halt hier keine Erweiterung für dich. Du musst dran glauben. Hier habe ich noch irgendwas Pläne. Ah. Hier kann... Okay. I get it. Okay. Okay. Ah. Hier. Energiekanone. Kann ich das bauen? Nein. Wenn mir tausend andere Teile fehlen. Aber ich habe dafür die Waffe. Ich habe... Ich glaube, die habe ich irgendwie geabredet. Ist ein bisschen kompliziert. What? Was habe ich jetzt? Ich will das nicht. Das ist ein scheiß Ding. Ich möchte wieder die andere haben. Die mag ich nicht. Ich habe... Das schneidet ja gar nicht. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Äh, sorry bis nicht, ich wollte nicht erhören, ah, wusste ich nicht, uh, 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 verpiss nicht, verpiss nicht, schau, oh, ey, 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 ne, 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 not today, not today, not today, war ich damit überhaupt Schaden? Ich hoffe, du bist tot, war ich damit überhaupt Schaden? Weg mit der Kopf, weg mit der Kopf, weg mit der Kopf, also ich dachte, die stinken wie Scheiße, ich bin gerade von den Westen der Co begrenzt worden, niemand hätte so lange da draußen überleben können, haben sie auch, sie wurden verwandelt in diese Viecher, und was haben wir jetzt? halten sie ihre Waffe im Anschlag und bleiben sie bloß von den Lüftungsschächten weg, rücken sie ihnen auf die Pelle, schießen sie auf die Extremität, verstanden? Äh, das muss sehr beruhigend sein, wenn man sagt, ey, Leute, wir sind im Arsch, ich meine, wir haben jetzt, wir haben jetzt gegen eine Elien Rass zu kämpfen, Wir sind sowas von im Arsch, aber wenn ihr welche seht, dann schießt es auf die Extremitäten, ist ja alles chillig. What the fuck, ich hätte so Angst. Die Fieger sind ja wirklich nicht die Hübschesten. Ich meine, die können nichts dafür, man kann schon nett zu denen sein. Man muss ja nicht gleich sagen, oh du schiere Sau, man kann ja auch mal lieb sein. Oder doch nicht. Nope, nope, not today, not today. Da lebt doch noch einer, den da oben. Was mache ich denn mit der Le... Was ist das da? Okay, äh, Bube, böser Bube. Geh weg! Geh weg! Geh weg! Ach komm, es macht keinen Spaß mit dir, du spielst. What, was, 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 was? Wer, ah, da unten. Hallo, hübscher. Also, äh, haha, ich hab voll verarscht. Oder, ja, haha, zu schnell, zu schnell, zu schnell. Zu schnell, zu schnell. Stomp, stomp, stomp. Okay, er war eindeutig zu schnell unterwegs. Aber, ähm, wir haben ihn, wir haben ihn, wir haben ihn, wir haben ihn gut in den Griff bekommen. In unserer psychologischen Erziehung haben wir das wieder mal gemeißen, haben wir auf eine andere Art und Weise gesagt, nein, dein, dein Part endet hier. Und haben ihm dann irgendwie, ähm, gesagt, verpiss dich. Und jetzt ist er auch weg. Und, äh, jetzt kommen wahrscheinlich alle seine Freunde und wollen mich alle töten. So. Oh mein Gott, da kommt schon der eine Freund. Da kommt schon der Peter, der hat ihn immer am Schulhof verteidigt. Da kommt der Peter. Natürlich. So. Äh, ja. Wie nenne ich eigentlich meine Nekromorphs? Ich brauche einen Namen. So. Ich brauche einen Namen für meine Nekromorphs. Wie nenne ich dich? Wie nenne ich dich? Ist richtig. Nein, Peter war mit dem Pferd. Ich nenne dich. Franz wäre zu blöd. Äh, wie nenne ich den Nekromorphs? Ich habe, ich, ich habe gerade Namenprobleme. Bitte greife dich nicht an. Ich habe noch nicht mal einen Namen für dich. Es wäre unmöglich, dir keinen Namen zu geben. Ich meine, du schlüpfst dir gerade aus deiner, aus der Decke und dann hast du nicht mal einen Namen. Du kannst nicht weitergehen. So. Ähm, okay. Okay. Quartz blended. Warte mal. B. Ah, da rein muss ich. Okay. Aber hier habe ich, hier hole ich mir lieber mal Munition. Ich habe noch immer keine Namen. Oh, 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 oh. Das Gott. Wir dienen haben wir, habe ich auch noch keine Bekanntschaft geschlossen, ne? So. Okay. Ich kann auch nichts dafür. So. Was ist mit dir? Haben sie dir wehgetan? I don't care. Okay, warte mal. Wie siehst du denn aus? Oh, okay. Du hast keine Haare mehr. Haben sie dir die abrasiert? Ich lasse dich mal da drinnen. Kannst du mal ein bisschen schlafen? So. Okay. Warte mal. Ich muss da rein. Da rein muss ich, glaube ich. Da rein. Da rein. Kann ich da rein? Nein, geht natürlich nicht. Dafür kann ich da rein. Wo ich keinen Bock habe, weil das sicher ein paar... Wie nenne ich meine Nekromorphs? Sie kommen von überall her. Feuer. Feuer. Ich habe es alleine gegen Torse aufgenommen. Errichten Sie eine Barrikade. Halten Sie sie noch etwas auf. Oh, ihr kackt. Ups, ihr braucht es mich wahrscheinlich wieder. Natürlich. Ohne mich habt ihr keinen Plan. Ich habe mich überlebt. Ihr habt keine Sekunde. So. Jetzt muss ich fliegen im Space. Alt. Oh. Völlig losgelöst. Von der... Was? Das sind keine Ratten. Oder sind das Ratten? Ja, die schauen aus wie Ratten. Schau doch mal den Kopf an. Oh, shit. Oh, shit. Okay. Ich begrüße Sie herzlich mit einem Willkommensfeuer. Wie in Japan. Der wird auch immer alle, 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 alle im Stamm mit einem Feuerwerk gegrüßt. Ich mache es auch so. So. Okay. Stimmt. Bist du tot? Ne, du lebst auch. Kommt. Kommt. So. Ich mache den anderen Plasma-Cutter immer noch mehr. Weil er hat irgendwie mehr das Gefühl, dass ich besser zielen kann. Mit dem kann ich ja gar nicht zielen. Quier. Quier. Okay. Passt. Ich muss gar nicht auf die Tentakel schießen. Die sterben sowieso. Die sterben sowieso. Die armen kleinen Rändchen. So. Was ist mit euch? Alles okay? Starr seid, brauche ich nicht. Habe ich noch genug. So. Okay. Wir sollten mal ein Medipack nehmen und haben wir jetzt auch. So. Wie komme ich da jetzt durch? Ah. Hier. Hallo. Da, der Mann. Jetzt ist aber auch auf. Räumen können wir nicht schon kommen. Ne? Ist ja nicht zu viel verlangt. Textlog. Ne. Da habe ich die Geschichte stunden. Ich möchte meine Freunde retten. Sorry. Ich kann jetzt nicht lesen. Ich bin ein sehr vielbeschäftigter Mann. Ich kann jetzt nicht lesen, Mann. So. Wir sollten mal nach oben. Vielleicht haben wir ein paar Freunde oder so. Hallo. Okay. Nehmen wir mal mit. Dieses Zäpfchen da. Oh. Ich ahne, Schlimmes hinter dieser Tür. Oh. Sind Sie da? Ja. Ja. Ich bin hier. Das sollte Sie erst mal aufhalten. Gut. Das SOS kommt von irgendwo direkt über. Und ich glaube, ich habe den Hauptgenerator des Fußes gefunden. Okay. Easy. Also. Eins, zwei, drei. Das heißt, hinten muss ich jetzt als zweites. Schätze ich mal. Direkt zur Spitze hochgeht. Ich treffe Sie an Alice Koordinaten. Das ist das zweite. Ah, ich bin so weit weg. Ich. Ich bin so weit weg. Habe ich keine Stase? Oh, ich habe eh genug Stase. Und ich habe eine Dose. So. Äh. Und jetzt kommst du. Und das dritte ist da hinten. Warum? Was leuchtet da jetzt so? Achso. Mein Schlitz leuchtet so. Ah, okay. Sieht klipp aus. Damit kann man sie super in der Nacht lesen. So. Perfekt. Runter. Und jetzt muss ich das Ding aktieren wahrscheinlich, oder? Jetzt funktioniert es. Ich hoffe doch. Ja. Das. Wer ist doch unten? Muss ich doch mehr runter? Muss ich das raus? Ah. Ja, das muss ja einmal gesagt werden. Okay. Oh, fuck. Da kommt ein Gegner. Huh. 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 Okay. Denn das hätte ich, oder? Also, ich muss einfach F gedrückt halten. Okay. So. Sei bereit. Manchmal in der Nacht. Okay, das passt. Das passt. Ah. 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 Huh. Stopp. 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 No, 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 not today. Not today. Not today. Stopp. 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 fuck,ков perd's. No, 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 no. Okay. Das ist mir zu ruhig hier. Ich ahne wirklich Schlimmes. Meistens bedeutet Ruhe in dem Spiel nicht wirklich Gutes. Ja. Ja, genau. Weil dann kriege ich solche Patienten hier, die mir keine Ruhe geben. Ich denke, hinter mir ist auch etwas. Oh, no. No. Shit. Okay. Oh, no. Sieht aus wie eine Spinne. Ich hasse Spinne. Bist du tot? Ich glaube, du bist tot. Genau. Braver Junge. So, wo müssen wir jetzt hin? Okay, wir haben mal diesen Generator oder was es da irgendwie ist. Aktiviert. Also, wahnsinnig unheimlich ist es bis jetzt noch nicht. Der erste Teil hat mich auf jeden Fall mehr erschreckt. So. Ich hoffe, von oben kommt jetzt keiner. Aber das Ding läuft ja, oder? So, und jetzt? Ah, hier. Aktiviert, okay. Einfach fallen, mein Laser! Fuck! Wo ist das Ding? Oh, cool. Oh, da. Fuck! Wo bist du? Alles klar. Huh! Stirb! 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 Stirb doch! Ich habe doch nicht noch eine endliche Munition! Oh, hallo. Okay, passt. Munition hätten wir. Moment, Moment, Moment. Der hat ein Geschenk für mich, schau. Ich schieße ihn ab und er hat ein Geschenk für mich. Er ist aber lieb. Dich nehme ich mit. Du bist mein neuer Freund. So, wie heißt du? Ich bin der Dominik. LOL! Du siehst doch so aus! Fuck you, Dominik! So, okay, jetzt geht's weiter. In Bearbeitung. Was bearbeitest du gerade? Ich möchte nur durch. Ich möchte ja keinen Urlaub planen oder sowas. Der möchte ich hier drin machen. Wenn's schön ist. Wenn's hässlich ist, dann bleib ich hier draußen. Du hast die Wahl. In Bearbeitung. What the fuck? Ist das der Ladescreen? Jetzt mal ehrlich. Na eben, geht doch. Dankeschön. Danke, dass ihr auch an mich denkt. Ich habe nicht ewig Zeit. Und so lange hast du gebraucht, um diesen Aufzug zu generieren. Okay, dafür sind wir jetzt in den Aufzug. Ich würde sagen, ich renne mal panisch im Kreis. Was soll ich sonst machen? Ich kann doch stoppen, ne? Ich versuche, ein Lied zu machen. Wenn ich Texte könnte, dann würde ich das auch. Was ist denn der Linke? Da war doch noch so alles. Was ist das? Ach so, das sind zwei Leute. Ellie! Ich wusste gar nicht so stur, um zu sterben. Captain! Ist er das? Äh, ja. Das, äh, ist er. Isaac Clarke. Das ist mir ein Vergnügen. Austin Wackel. Marco Ops. Und das hier ist Jennifer Santos. Unsere kleine Lady mit dem großen Grips. Wenn Sie wirklich das Marcus Grip dechiffrieren können, dann hat diese Mission vielleicht noch eine Chance. Isaac, danke, dass du willkommen bist. Kein Problem. Ich weiß, es tut mir leid. Aber ich habe dir so viel zu erzählen. Okay, wir müssen hier schleunigst verstehen. Los, los. Fuck, ich glaube, ich habe mich noch nicht verärgert. Isaac, wir müssen den Marker stoppen. Die Spur endet am Quartier des Admirals. Sie hat überall an die Wände Marker-Symbole geschrieben. Die Antworten sind da drin. Ich weiß es. Wir können erst gehen, wenn wir wissen, was sie bedeuten. Dann überlass Isaac das übersetzen. Wir gehen jetzt. Ich helfe Buckle, du Santos. Und los. Ich muss jetzt dann übersetzen. Ich versuche dich um deine Crew. Die braucht nicht mehr als ich. Genau. Verpiss dich, Mädchen. Du schiebst sowieso. So, und ich bin jetzt hier alleine. So, Leute. Ich würde sagen, ich mache den nächsten Spot weiter. Wenn es euch gefallen hat, gebt mir einen Daumen hoch. Wenn die Frauen ansonsten, wünsche ich euch einen wunderschönen Tag. Dabei gefällt mir aber Dead Space 3 ganz gut. Also, wenn man es als eigenständiges Spiel betrachtet, ist es gar nicht so übel. Also, ich finde es wirklich gut. Danke nochmal und bis zum nächsten Mal. Also, Leute. Alles salutieren. 3, 2, 1. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Kamputzenwurm Gib ihm. Er hat das ernst gemeint. Er hat sogar gesagt, dein... Nein, nein, nein. Ich sag doch. Er hat sogar dein Papa schnickt. Dein Mappaschnick, hat er gesagt. Oh, ich schweiß dir, Mann. Er hat gesagt, dein Papa schnickt. Deine Oma. Deine Oma.